So, ähm, was wollte ich sagen und nicht lügen? Also auf jeden Fall grabe ich hier mir gerade mein eigenes Grab, ne? Komme ich da überhaupt noch raus? Doch, doch komme ich raus, gut. Gott sei Dank. So, ähm, was wollte ich sagen? Auf jeden Fall, ich kann mich bemühen, aber mehr kann ich nicht machen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, das hinzukriegen, weil ich zeitlich sowieso immer extrem knapp dran bin, wegen Arbeit und Arbeit und vor allen Dingen auch wegen Arbeit. Und gerade die Arbeit, die kostet halt besonders viel Zeit. So, jetzt breche ich mal diese Aufnahme schnell ab. Wir befinden uns hier im Keller, damit ich es zeitlich noch einigermaßen hinkriege. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und, äh, ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss! Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Let's Play Minecraft. Letztes Mal haben wir jetzt eine Let's Show gesehen, wie wir weitermachen. Inzwischen habe ich hier nochmal ganz kurz, das muss ich zugeben, ich dachte mir, ich arbeite ein bisschen im Voraus, habe dann so zwei, drei Dinge angeschafft, wie zum Beispiel ein bisschen Sand abgebaut. Ich habe Schaufeln gebaut. Moment, da zeige ich mal ganz kurz, wie es geht. Ich habe dann auch abgebrochen, weil ich dachte, nee, komm, let's play und so. Äh, da musst du schon zeigen, wie das alles geht, bevor du jetzt hier einfach rumläufst. Und da habe ich jetzt einfach mal im Voraus schon mal Sand reingeschmissen, damit wir mehr Glas kriegen, für ein kleines Schlösschen da oben auf dem Berg. Weil, Moment, das erzähle ich auch nochmal ganz kurz, weil wir die Hütte jetzt erstmal in diesem Zustand lassen können. Da fehlt jetzt zwar noch ein Dach oben, und vielleicht ist da jetzt noch kein Wintergarten und wir können eine Mine hier im Keller ausheben. Aber ich würde gerne einfach, äh, von der Umfrage beide Ergebnisse berücksichtigen. Ich mache mal ganz kurz auf Pause, damit die Zeit nicht weitergeht. Äh, beide Ergebnisse berücksichtigen. Das heißt, ich würde gerne auf diesen besagten Berg mit der Mega-Aussicht ziehen. Andererseits würde ich aber gerne die Hütte in einen einigermaßen akzeptablen Zustand bringen. Das haben wir jetzt die letzten Folgen gemacht. Das heißt, wir haben da jetzt nicht irgendwie 10 Holzklötze liegen und das war's. Sondern tatsächlich schon eine supertrendige Bauruine. Die ist spitze, die ist klasse. Die kann man so erstmal da lassen und später weiterbauen. Weil, äh, es würde sich sonst äh, es würde sich sonst ein wenig hinziehen, wenn wir jetzt sagen, okay, wir bauen nur ein tolles Märchenschloss oder was weiß ich, da oben auf dem Berg. Dann ist das zwar schön und gut, aber auf Dauer wird es vielleicht langweilig, sodass wir jederzeit zurückkehren können und hier weiterbauen. So, wollte ich jetzt nur mal so erklären. Hier macht sich das Glas. Ich zeig euch mal ganz schnell, wie man eine Schaufel macht. Das ist ganz easy. Ich nehm hier einfach zwei Stöckchen und da oben bappe ich ein Steinchen drauf und schon hab ich eine Schaufel. Und davon hab ich mir hier gleich mal ein paar gemacht, um Sand zu schaufeln. Und das hab ich da hinten in der Ferne gemacht, da hinten auf der Insel. Und zwar deswegen, damit wir uns hier nicht die Aussicht kaputt machen, wenn wir den ganzen Sand klau... Wenn wir den ganzen Sand klau... Sand klauen. Ist es grad... Äh, ist es für dunkel. Also, wie bereits gesagt, wir gehen jetzt nicht sofort auf den Berg, sondern wir bleiben erstmal in der Holzhütte und machen hier das Dach und so. Das hab ich ja gerade genauso gesagt. Und wir haben auch keine Holzdinger mehr. Tja, da machen wir nicht das Dach, sondern ich würde sagen, wir bleiben einfach mal hier, popeln ein bisschen an der Nase und machen dann einfach ein LP draus. Let's popeln. Das ist jetzt ganz neu. Das ist der Trend to come aus den USA. Ne, was ich aber mache, hab ich noch... Ich hab natürlich auch keine Erde mehr. Ich weiß das alles gar nicht mehr. Die Wolle würde ich gern behalten. Das Glas auch. Jetzt lass mich doch mal überlegen, wie wir das machen. Ich würde gerne Erde anbauen, aber da wir sowieso Sand abbauen, schütte ich das jetzt einmal mal mit Sand auf. Das mache ich normalerweise nur ungern, weil Sand ja immer so ein... so eine Seltenheit ist. Hier haben wir ja... Ach, da ist ja schon Erde. Ist schon wieder ein bisschen her, dass ich gespielt habe. Man merkt es vielleicht. So, hoppala. Zap, zap. Und jawohl, ich werde auch mehr Fackeln hier überall aufhängen. Jetzt kann ich endlich drauf reagieren. Das ging vorher nicht, weil das ja alles noch der alte Take war. Der alte Take set. Und da ging das nicht. Und jetzt... Jetzt haben wir es aber. So, hier baue ich weiter, sobald wir Erde haben. Ansonsten gucke ich mal, dass ich die Höhe baue. Und ich finde, das geht auch ein bisschen... Das geht ein bisschen zu weit. Also, das geht jetzt ein bisschen zu weit. Und zwar zu weit raus, oder? Hm. Ich probiere mal Folgendes. Ich mache jetzt mal hier die sieben Zwerge, die sieben Bauklötze dahin. Papp. Das war jetzt gewollt. Ich wollte rückwärts episch ins Wasser fallen beim Bauen. Das macht sich immer gut. So. Und endlich mal sauber werden. Das ist ja auch so eine Sache. Du landest hier auf so einer Insel, bist voll am Stinken und dreckig und du kannst hier nicht mal eine Dusche craften. Da ist es schon praktisch, wenn man einfach mal beim Bauen rücklinks ins Wasser plumpst. So. Jetzt momentan plampert hier auch wieder ein Klavier. Ich werde mal gucken, wenn die Aufnahme zu unspannend wird, dann würde ich dann doch gerne mal vielleicht wieder mit Musik nachvertonen. Das ist zwar immer ein bisschen umständlicher, aber solange ich nicht weiß, wie man das anders hinkriegt bei Minecraft, dass man sich diese OGG-Files ins Verzeichnis kopiert, dass er die auch frisst. Also umbenennen hat auch nicht geholfen mit irgendetwas anderem. Solange ich das nicht weiß, werde ich einfach versuchen nachzuvertonen, solange es nicht zu aufwendig ist und solange ich einigermaßen genug Musikstücke habe, die wir da irgendwie verwenden können. So. Oh, was haben wir denn da hinten? Schwimmt ein Schwein. Du Schwein. Hier ist das Glasdach. Hier haben wir noch Janischt im Dach. Da könnte ich theoretisch wie im anderen Let's Play, aber das Doofe ist natürlich, jetzt werden wir gleich wieder sagen, ach, der Gronkh, der sagt immer jedes zweite Wort symmetrisch. Aber symmetrisch sieht immer besser aus als popetrisch. Das ist einfach ein wissenschaftlicher Fakt, der schon ganz oft belegt wurde. Schlagt mal bitte bei Wikipedia unter popetrisch nach und ihr werdet sehen, dazu gibt es keinen Eintrag, weil es einfach scheiße aussieht. Symmetrisch hingegen wird es geben. Ja, also wenn wir hier nämlich jetzt eine symmetrische Anzahl hätten, haben wir glaube ich sogar, aber nur weil das Dach nicht fertig ist, dann sieht es von unten scheiße aus. Also wenn das, wenn der Raum groß genug wäre, könnte man da jetzt auch so ein Glasdach machen und in die Mitte einen Baum pflanzen. Das hatte ich in der Let's Show, äh, Dingens, also in der Welt 1, da habe ich das gemacht. Und da wird der Baum quasi von Glas, von Glasquerbalken gehalten. Und das hier sieht jetzt übrigens mehr aus wie so ein Affenkäfig, wenn ich das mal feststellen darf. Das sieht nicht aus wie Wintergarten, das sieht aus wie ein Gehege im Zoo. Hier, komm, kriegst du eine Erdnuss. Mh, Erdnuss. So, ähm, jetzt hoffe ich mal, reichen die 14? Ich mache ja trotzdem mal zu. Muss ja jetzt nicht super Spitzenklasse werden. Hier machen wir uns noch ein bisschen was rein. So. Dann können wir hier nämlich notfalls auch mal rausschwimmen. Was übrigens ganz witzig ist, wenn man unter Wasser sich einen Glaskasten baut und den dann zum Beispiel ausfüllt mit Erde oder Sand oder sonst was und den Sand und die Erde dann abbaut, dann hat man einen Glaskasten voller Luft. Das heißt, da ist dann kein Wasser mehr drin, sondern einfach, äh, man kann darin atmen. Das heißt, so kann man auch ganz tiefe Strecken durchtauchen, wenn man sich zwischendurch mal immer so eine, so eine Atemstation macht. Habe ich jetzt, äh, im Let's Show noch nicht gebaut. Einfach deswegen, weil ich brauche es da nicht. Aber es funktioniert zumindest. Obwohl doch, ah, im Let's Show gibt es das. Das hätte ich mal zeigen können. Das mache ich vielleicht nächstes Mal. Und zwar, jetzt habe ich das ganze Glas verbaut. Das war auch total schlau. Ich baue jetzt nochmal einen Schmiedeofen zweiten. Hier haben wir nochmal, ach, wir sind out of cholera. Fackeln haben wir genug. Da baue ich die Kohle da mal rein. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Kohle. Und, äh, was wollte ich machen? Ich wollte einen zweiten Schmiedeofen bauen. Das kann ich mir auch sparen. Weil ohne Kohle bringt es das eh nicht. Und vielleicht sollte man das Glas, statt das mehr hier für den Affenkäfig zu verheizen, sollte man das mal lieber für Dingens sparen. Für den Berg. Na, mal gucken. Ich würde ja gerne, ich bastel uns mal ein Steinschwert. Wie ging denn das nochmal? Ich weiß das gar nicht mehr. Boah, ich habe schon so lange keine Waffen mehr gebaut, weil ich ja immer diesen Peaceful-Modus spiele, dass ich ganz vergessen habe, wie das geht. Ich glaube, es war ein Holz und dann zwei Steinen oder zwei Eisen oder so. Jawohl. Da haben wir ein Schwert. So ein billiges Zelda-Schwert. Und damit wagen wir uns jetzt mal an Festland. Und ich hoffe nur, wir krepieren dann nicht. Da lauern nämlich schon die Spinnen. Was allemal besser ist als die Creeper. Aber ich weiß nicht, wir sind ja eh schon halbtot. Ich hoffe, wir sterben jetzt nicht gleich unseren ersten Tod. Ich möchte nur mal ein bisschen Action reinbringen. Komm! Ja, und wir haben Seide aus der Spinne aus dem Arsch gezogen. Ich weiß nicht, warum die Seide verlieren, wenn sie sterben. Das ist dann vielleicht dieser Todesschiss. Den gibt es wirklich. Also, wenn Leute sterben, dass sie dann quasi alle Muskeln entspannen oder wie es heißt. Und dann... Naja, also bei den meisten Leuten kommt keine Seide raus, sondern was anderes. Aber das lassen wir mal lieber. Na? Das war ja so ein richtiger Spider-Man hier gerade. Ich sollte vielleicht auch mal ein paar Schweine abschlachten, damit wir uns hier mal lecker Steak und Kotelett auf den Grill hauen können. Spider-Man. Spider-Man. Na? Jetzt trifft er nicht. Boah. Spannend! Da haut's euch aus den Socken, der Gronkh kämpft mal nicht gegen Skelette, sondern nur gegen Spinnen und Zombies und gegen Creeper ist auch keine gute Idee. Deswegen muss ich ganz doll aufpassen. Da ist auch ein Skelett. Da ist zwar auch ein Zombie, aber ich passe hier lieber mal ganz doll auf, weil ich wenig Lust habe, dann hier den Löffel abzugeben, weil den besagten Löffel müsste ich später erst mal wiederfinden und das dauert eine ganze Weile bei mir, weil ich dann schluchzend erst mal am Spawnpoint sitze. So, da haben wir wenigstens noch ein bisschen Bambus gesammelt, mal eine kleine Nachtaktion gemacht und nicht immer nur in der Bude gehockt. Und jetzt geht's hier einfach mal weiter und zwar über die Sandbank, guck ich mal. Nee, das kann ich vergessen. Da hinten ist eine Spinnarmee, da komm ich nicht durch. Vor allem nicht mit diesen zwei läppischen Herzchen, das ist, äh... Ihr müsst mir eure Liebe spenden, damit meine Herzen wieder aufgefüllt werden. Haa. Nee, das wird nix. Ja, da kann ich hier theoretisch den Baum fällen, aber ich glaube, den möchte ich noch für die Aussicht haben, ne? Andererseits könnte ich auch einen neuen pflanzen. Was soll denn der? Jetzt komm, dann hauen wir jetzt mal den Baum weg. Wir haben hier noch eine Axt dabei, dann nutzen wir die Nacht mal aus. So. Und ich glaube, es wird auch schon wieder hell. Und hell kommen von Heldenhaft. Jetzt können wir hier auch nochmal ganz kurz durch die Blätter schlagen. Dann kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Ich warte mal mit dem Rascheln, dann kann ich euch ganz kurz zeigen, wie das funktioniert, wenn man die Blätter abschlägt, dass da manchmal Zweige rausgesegelt kommen, die man aufsammeln kann. Da. Huch. Jetzt haben wir den schon gefangen. Na los. La, 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 la. Und da war wieder eine, da hat man es deutlich gesehen. Und die restlichen Mitteln, gucken wir mal, machen wir mal ein kleines Experiment, ob die verschwinden oder ob die bleiben. Und dann gehen wir mal ganz kurz, solange die Skelette alle noch nicht verbrannt sind, gehen wir mal ganz kurz zur Insel zurück und holen uns mal das Glas da aus dem Ofen raus. Und dann bin ich mal gespannt. Ich glaube, wir werden das Schlösschen auf dem Berg, werden wir das mal zuerst ohne Dingens sammeln. Ach nee, Moment, bevor wir das bauen, sollten wir vielleicht wirklich noch im Schutze hier, bevor wir dann Festland bauen, sollten wir vielleicht hier noch im Schutze, Moment, ich baue da nochmal einen Schmiedeofen, sollten wir nochmal Sand abbauen. So viel wir können und dann einfach schon mal Sand produzieren. Hier mache ich noch einen Schmiedeofen und noch einen Schmiedeofen. Ich weiß gar nicht, ob man die stapeln kann. Das würde ich mir gerne ausprobieren. So. Moment. Ja, meine Hobbys sind, ich bin Hochstapler. Hoch. Also, ah, so funktioniert's, aber da, doch ist die, ist das die richtige Richtung? Doch. Das Problem ist natürlich nur, dass wir jetzt, äh, keine Kohle haben. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal Cholera holen. Liebe in Zeiten der Cholera und dazu, ach, weißt du, dazu gehen wir jetzt einfach in den Keller. Wir machen jetzt ja noch ein paar Spitzhacken und jetzt graben wir uns eben dann doch noch durch den Keller. Ein Stück Leiter haben wir noch, da können wir uns vielleicht noch ein oder zwei machen. Mache ich immer wieder zwei. Äh, vielleicht sollte ich einfach mal mehrere machen. Moment, Fackeln haben wir ja ein paar, die reichen bestimmt ein paar Meter. So, dann haben wir ein paar Leitern. Spitzhacken brauchen wir jetzt noch, dazu nehmen wir mal das da. Pam, 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 ich bin der Detlef, die Soße des Minecraft-Ding. Pam, 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 verstehst du? Das musst du so machen, da musst du hier viel reinstecken, du. Kannst du nicht einfach ja, ja, komm, keine Spitzhacke vorbereitet haben, wie weißt du? Das ist ein ernstes Ding, wenn du, wenn du Minecraft auf Künstler werden willst, musst du alles jäben. Musst du bereit sein, alles zu jäben, da musst du eine super Show abliefern, ja, verstehst du? So, jetzt zurück mit dir in den Keller, gehst du mal ein bisschen üben, wa? So, die brauchen wir eh nicht.